Kropfing-Swiss-Meister, die Letzte sind unterwegs, fünf Pro-Metro-Kaus. Jolanda Nen, Eva Lechner, Midnight-Singer, die heute veraniliert ist. Und... Die Kochen werden oft gesch reformiert. Kropf, komm komm! Die Kochen sind her. Applaus Achtung! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Die Linie ist von Jonathan Elber, der kommt nicht bis zu die Linie. Jonathan Elber hat die Linie aus der Kurslinger greift. Tschüss auf Platz 4. Und ebenfalls ein Applaus für die junge Schweizerin vom Möbel-Märki-Team, Nico Koller auf Platz 5. Untertitelung des ZDF, 2020